Landwirt Praxistest Vor zwei Jahren stellte uns Kverneland einen Mulcher der Baureihe FRO für einen Praxistest zur Verfügung. Das Gerät war aber den harten Anforderungen im landwirtschaftlichen Profieinsatz nicht gewachsen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und sofort reagiert. Die Antwort heißt FRD, eine neue Mulcher Baureihe für schwere Einsätze, die erstmals auf der AgriTechnica 2013 vorgestellt wurde. Wir konnten schon in der letzten Saison eine 2,80 Meter breite Vorserienmaschine ausgiebig testen. Der Mulcher lässt sich serienmäßig vorne und hinten anbauen. Auch der hydraulische Seitenverschub gehört zur Serienausstattung. Der Antrieb des FRD ist anders und deutlich stärker ausgeführt als beim FRO. Das Hauptgetriebe sitzt mittig am Rahmen und ist für eine Antriebsleistung von bis zu 160 PS ausgelegt. Der Rotor wird über fünf automatisch gespannte Keilriemen angetrieben. Verschlissene Riemen lassen sich einfach tauschen. Dazu muss lediglich die Spannrolle gelockert werden. Die robuste Rotorwelle unserer Testmaschine war mit 36 Hammerschlägeln bestückt. Alternativ bietet Kverneland auch Y-Messer mit einem Mittelfächer an. Mit bis zu 1.900 Umdrehungen pro Minute dreht sich die Welle vergleichsweise schnell. Das spiegelt sich in der guten Zerkleinerungswirkung und der starken Sogwirkung wider. Besonders schöne Mulchergebnisse haben wir auf Wiesen- und Brachflächen erreicht. Beim Maisstroh hängt die Arbeitsqualität stark von der Fahrgeschwindigkeit ab. Gut gefallen hat uns der ausgesprochen ruhige Lauf des Rotors. Neben der Gelenkwelle müssen die Rotor- und Walzenlager regelmäßig mit Fett versorgt werden. Ausführliche Infos zur Wartung der Maschine bekommen Sie in der Landwirt-Ausgabe 11 2014. Serienmäßig liefert Kverneland den FRD mit einer Gegenschneide. Bei uns war auch die optional erhältliche zweite Gegenschneide montiert. Die großdimensionierte Stützwalze läuft nahe am Rotor. Dadurch kann sich der Mulcher sehr gut dem Boden anpassen. Weil die Schneidwerkzeuge sehr nahe an der Walze laufen, verschmutzt sie kaum. Das zerkleinerte Material wird hinter der Walze abgelegt. Kritik gibt es für die vorderen Schutzbleche am Rotoreingang. Wie bei den meisten anderen Herstellern verbiegen sie sich im Laufe der Zeit. Im Großen und Ganzen hat uns der Auftritt des FRD überzeugt. Die wenigen Kinderkrankheiten konnte der Hersteller bis zum Serienstart noch beheben. Laut Preisliste kostet die Grundmaschine 8.784 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Aus unserer Sicht ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den ausführlichen Testbericht lesen Sie in der Landwirtausgabe 11 2014.